Jo Leute, willkommen zu Hashtag-Frag. Heute mit der Frage, welcher Film, Klammer auf Klammer zu, Filmreihe magst du ihr am liebsten meisten? Ja, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Ja, es ist schon so, dass ich da ein bisschen am überlegen bin. Es gibt einige Sachen, die ich gerne gucke. Also, der Simpsons-Film war toll. Ich habe den Film Stargate gut gefunden. Es gibt bestimmt tausend Filme, die es jetzt verdient hätten, da auf Platz 1 zu kommen. Aber ja, ich sage Stargate. Ein Klassiker. Okay, dann bleiben wir in den Sternen. Star Wars. Warum? Erzähl mal, warum du Star Wars? Ich meine, Star Wars ist auch, solange du entsprechend den dritten, solange du die ganzen Liebesszenen aus den Neuern rausschneidest. Aus dem zweiten. Aus dem zweiten rausschneidest. Ja, ja. Ich meine, gut, dann bleiben vielleicht noch 30 Minuten Filme übrig, aber ja. Nee, Star Wars. Bis auf das. Alles einfach. Star Wars. Star Wars ist ein riesengroßes Franchise. Ich liebe wirklich alles, was mit Star Wars zusammenhängt. Und deswegen war ich so überrascht, als mir der Mathe-Star in Wer bin ich Sidious gegeben hat und ich gesagt habe, oh Gott, nie davon gehört, dass es auch nur im Ansatz eine Diskussion gibt, dass Sidious nicht tot ist. Habe ich nie gehört. Aber ja, Star Wars. Ich finde das Franchise einfach richtig geil. Jupp, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne weitere Fragen. Und bis dann. Ciao, ciao. Die Hashtags kennt er, ja.